Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und wohl auf und ich möchte heute mit euch eine Karte basteln zum Thema 2. Teil Teamgeist. Das Video mit den ganzen Kartenideen von meinem Team, das verlinke ich euch hier oben unter dem weißen i. Und da könnt ihr ja schauen, da gibt es ganz, ganz tolle Kartenideen. Alles rund um einen Spruch ist unser Thema. Und meine Idee dazu, die erzähle ich euch heute ein bisschen in dem Video. Ich zeige euch auch noch eine zweite Idee und wir basteln heute aber diese Idee. Danke für alles, was du tust als Spruch und mit schönen Schmetterlingen. Also frühlingshaft ist auch eine einfache Karte, kann man auch ganz locker basteln, wenn man nicht so viel Ausrüstung hat. Und ja, wir legen jetzt einfach mal los und ich zeige euch, was ihr alles dafür braucht. An Material halte ich euch immer die Bestellnummern kurz ins Bild. Also an Papier habe ich heute einmal Flüsterweiß, Babyblau und Mangogelb. Das sind die Bestellnummern. Und ich habe die Grundkarte aus Flüsterweiß extra stark gearbeitet. Da habe ich jetzt die Bestellnummer vergessen, die zeige ich euch auch nochmal schnell. Das ist diese hier. Flüsterweiß extra stark. Und da habe ich eben die Grundkarte gemacht. Und zwar braucht ihr da einmal ein Papier in 28 cm x 10,5 cm. Und das ist schon gefalzt bei 14 cm. Ich habe auch innen schon ein paar Schmetterlinge reingestempelt. Ja, aber das wisst ihr, wie es geht. Und dann braucht ihr noch zwei Stück Farbkarton. Ich habe jetzt benutzt Mangogelb und Babyblau. Ich stanze mir jetzt die Formen gleich. Also ihr seht, hier habe ich schon gemacht. Das ist dieser bestickte Rahmen. Wenn ihr diese Stanzform aber nicht habt, könnt ihr es natürlich genauso basteln. Und dann braucht ihr von den Größen einmal Mangogelb in 13 x 9,6 cm und einmal Babyblau in 12,1 x 8,6 cm ungefähr. Oder ihr macht einfach 12 x 8,5 cm. Und hier oben 9,5 cm. Das geht ganz genauso. Das fällt wirklich keinem auf. Aber das sind eben genau die Maße von den Stanzformen. Nur als Info. Und wir fangen jetzt damit auch gleich an. Ihr braucht dann noch eben ein Reststück in normalem Flüsterweiß. Da habe ich schon mal einige Schmetterlinge aufgestempelt und ausgestanzt. Aber das machen wir auch gleich zusammen. Da braucht ihr eben noch ein bisschen Papier. Und wir stanzen jetzt gleich am Anfang. Hol ich mir nur schnell die Stanzmaschine ins Bild. Ich zeige euch jetzt auch nochmal ganz schnell die zweite Idee zu dieser Karte. Zum Geburtstag Alles Glück der Welt. Schön, dass du da bist. Auch wieder so ein bisschen geschwungen. Also rund um einen Spruch. Und eben mit Blüten gestanzt. Das geht noch ein bisschen besser als die Schmetterlinge. Weil ihr bei den Schmetterlingen noch ein bisschen mehr stempeln müsst. Weil ihr diesen Körper noch stempeln müsst. Also das ist noch ein kleines bisschen schneller, die Variante mit den Blüten. Aber genau. Die habe ich eben auch zweimal gemacht. Ein bisschen unterschiedliche Farben. Ein bisschen kräftiger, ein bisschen zarter. Dann könnt ihr mal sehen, was euch da besser gefällt. Und was ihr halt habt. Ihr könnt das wie gesagt auch mit einer Blumenstanze machen. Und ich stanze mir jetzt gleich mal mein Babyblauspapier eben aus. Und das andere habe ich ja schon. Und verwenden tue ich dafür die Stanzformen Bestickte Rechtecke. Das ist die Bestellnummer. Und ich habe die größere Stanzform in Mangogelb genommen. Und nehme jetzt die zweitgrößte Stanzform in Babyblau. Und das Ganze kurbele ich mir jetzt einfach einmal durch. Ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Das ist ein bisschen eng heute. Ich brauche hier großes Chaos auf dem Tisch. Kurbel mir das einmal durch. Kracht ein bisschen. Aber kann mir jetzt gleich die Stanz rausnehmen. Und löse mir das einfach mal kurz eben so aus der Form raus. Und habe dann eben hier diese wunderschöne bestickte Umrandung. Und das ist jetzt eben auf beiden Papieren. Und finde ich total elegant. Das macht einfach noch so einen kleinen Hingucker. Okay, dann würde ich sagen, stempeln wir ein bisschen. Ne, wir bauen schon mal zusammen. Oder was machen wir jetzt? Ja, wir bauen zusammen. Also, ich nehme mir einmal meinen Flüsterweiß extra stark Papier. Ich habe jetzt extra stark genommen, weil die zwei Tonpapiere vorne drauf liegen. Und dann ist es einfach ein bisschen stabiler. Können es natürlich auch mit normalem Flüsterweiß machen. Aber genau. Dann nehme ich mir den Flüssigkleber. Und klebe mir einmal schon mal diesen, passt das von der Größe her? Manchmal vermesse ich mich da nämlich bei der Grundkarte. Und dann habe ich den Ärger. Ich nehme mir hier ein bisschen Flüssigkleber auf und klebe mir das erste Teil, also mein mango-gelbes Papier, ganz gerade auf. Genau, das habe ich ganz gerade aufgeklebt, so mit schönem Rand außenrum, so ganz normal wie immer. Und dann habe ich mir gedacht, dieses zweite Papier, das kleben wir uns jetzt einfach ein bisschen schief auf. Wieder ein bisschen Flüssigkleber drauf, also auch wieder ganz platt drauf und dann aber einfach schief. Das finde ich schaut ganz cool aus. Und hier müsst ihr eigentlich nur drauf achten. Hoffentlich geht es bei mir jetzt noch. Und da war jetzt der Flüssigkleber gleich fest, aber es geht noch. Wo ihr ein bisschen drauf achten könnt oder solltet, wäre, dass ihr hier am Rand nicht über das Weiße rauskommt. Bei mir ist hier jetzt ganz knapp drüber, aber der Kleber ist ja zu schnell angezogen. Ich bin jetzt irgendwie zu langsam. Aber es geht noch. Aber es ist schöner, wenn es nicht ganz so drüber geht, über diese Ecke. Okay, und dann kommen wir schon zum Stempeln. Und zwar war meine Grundidee eigentlich, also das Thema ist ja rund um einen Spruch, und da dachte ich als erstes, ich mache einfach einen Spruch und stempele mir diese ganzen Sprüche einmal so außenrum, wie so eine große Schnecke. Aber ich habe irgendwie nicht die richtigen Sprüche gefunden. Und deswegen hat es dann nicht so funktioniert, wie ich mir das eigentlich gedacht habe. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, wir machen das so ein bisschen anders. Und mit diesen Schmetterlingen macht es so eine leichte Abrundung oder eben mit den Blüten. Und deswegen habe ich mir jetzt einmal rausgenommen aus dem Schmetterlingsgruß. Das ist die Bestellnummer. Ein großes Danke und den Spruch, für alles, was du tust, brauchen wir auch noch. Und den setze ich mir jetzt auf. Das Tolle ist nämlich an den Glassichtstempeln, die könnt ihr super biegen. Und könnt die dann auch ein bisschen abrunden und eben so in Form setzen. Das zeige ich euch jetzt gleich. Wenn ihr das eben wie die andere Karte gestalten wollt, dann geht das auch. Zum Geburtstag, alles Glück der Welt und schön, dass du da bist. Denn da habe ich das Schmetterlingsglück verwendet, das wir nachher ja für die Schmetterlinge auch noch benötigen. Und dann könnt ihr auch alles mit einem Stempelset arbeiten. Also ihr habt hier eben auch Glassichtstempel. Seht ihr das? Ich hole mir auch gleich den Schmetterling raus, dann seht ihr das noch besser. Ich habe jetzt hier den hier genommen, aber ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Und da sind eben die Spruchstempel auch gleich drin. Da habt ihr eine schöne Geburtstagskarte und das wäre die Bestellnummer für diese Stempelset. Das Tolle ist natürlich auch, dass da die Stanze dazu passt. Das seht ihr auch gleich. Und genau, jetzt stempeln wir uns aber allererstes mal diesen Spruch auf. Da brauche ich noch einen kleinen Stempelblock. Und das Danke habe ich mir jetzt einfach versucht. Ich ziehe das Danke auch nochmal neu auf. Also wenn ich was gerade aufziehen möchte und so einen Spruch habe, gerade, dann lege ich mir das immer so auf die Unterlage. Nimm dann meinen Stempelblock, gehe hier drüber und nehme mir das möglichst gerade auf. Und so habe ich meistens einen geraten Spruch. Nicht immer, aber meistens. Und wenn ich jetzt diesen anderen Spruch so gebogen haben will, für alles was du tust, dann lege ich mir den jetzt hier wirklich auch schon so gebogen auf den Stempelblock und klebe mir das dann so leicht auf. Also ich drücke das dann gut an und habe das jetzt schon ungefähr in der Form, die mir gut gefällt. Und jetzt lege ich mir das mal auf und gucke mal, ob mir das dann auch gefallen würde oder ob ich dann ein bisschen was verändern würde. Aber ich finde, das ist jetzt eigentlich so schon ganz schön. Das ist schön abgerundet und ihr könnt es gerne einmal aufstempeln, probestempeln auf einem Blatt einfach. Oder ihr macht es so mutig wie ich. Ich probiere es jetzt einfach. Und nehmt ihr jetzt hier die Memento-Tinte. Das ist also einfach eine schwarze Tinte. Ich könnte mir aber auch ganz gut vorstellen, dass hier auch schön... Also ich habe jetzt die Schmetterlingskörper auch schon mit schwarz gestempelt. Aber ich würde sagen, es würde auch vielleicht ganz gut ein Espresso-Ton passen zum Beispiel. Und stempel mir jetzt als erstes mal das Danke auf. Stempel mir das hier möglichst gerade auf. Lass es ein bisschen einwirken. Und es ist nicht ganz in der Mitte von der Karte, ein bisschen weiter nach oben gestempelt. Genau. Nummer 1 und Nummer 2, der Vorführeffekt, hat sich jetzt schon ein bisschen abgelöst. Also manchmal muss man da ziemlich schnell sein. Im Aufkleben vom Stempeln und Abstempeln. Weil der Stempel will natürlich eigentlich in eine gerade Position. Könnt ihr das natürlich auch machen, wenn ihr das vorher anständig aufdrückt nochmal. Nochmal gucken, ob euch das so gefällt. Und dann direkt gleich Stempelfarbe aufnehmen. Und sofort abstempeln. Aber so könnt ihr mit jedem Stempel so abgerundete Sprüche machen. Und ich finde, das macht sich total gut, oder? Das sieht doch toll aus. Ich finde es total cool. Es macht richtig Spaß, auch mit den Stempeln ein bisschen zu spielen. Wenn ihr jetzt gleich den nächsten Abdruck machen wollt, dann seid schnell. Und ansonsten kann es sein, dass der sich ganz schnell wieder ablöst. Aber so ist das halt. Und für den einen Stempelabzug reißt. Und sonst richtet ihr euch das alles her und könnt es dann nach und nach abstempeln. Okay, und dann habe ich mir noch ganz viele bunte Farben ausgesucht, weil ich ja wollte, dass meine Schmetterlinge richtig schön bunt sind und frühlingshaft sind. Und genau. Ich habe jetzt einmal Blütenrose ausgewählt. Da steht die Bestellnummer schon drauf. Dann habe ich Glutrot. Auch hier steht die Farbe drauf. Mit Mangogelb habe ich gearbeitet. Ich weiß jetzt nur nicht genau. Ja, Mangogelb. Mit Amethyst. Amethyst. Könnt ihr noch gut lesen, ich hoffe. Und grüner Apfel ist hier die zweite Bestellnummer. Und ich nehme mir jetzt das grüne Apfel, weil das fehlt mir noch in meiner Runde. Also ihr braucht fünf Farben. Ich habe hier noch eine andere Farbe, aber die gefällt mir nicht so gut. Die mache ich mal weg. Fünf Farben und meine Schmetterlinge brauche ich noch. Und dann kann ich mir noch den letzten Schmetterling aufstempeln. Da zeige ich euch auch gleich noch einen Trick. Zuerst brauche ich aber noch den Krabber vom Schmetterling. Der ist nämlich da auch drin. Das ist ein ganz kleines Stempel. Müsst ihr gut aufpassen, dass ihr den nicht verliert. Und dann noch irgendeinen Stempelblock. Ich nehme da immer gern so einen langen. Und auch nochmal das Memento, wie gesagt, für den Körper. Brauchen wir dann gleich. Und das grüne Apfel fehlt mir jetzt noch. Das nehme ich hier noch. Und dann nehme ich mir noch einen Stempelblock und mache den nur hier oben drüber über meinen kleinen Schmetterling. Also ihr habt ja hier dieses Set, klein und groß. Wenn ihr das zusammen aufstempelt, dann ist das natürlich auch perfekt für die Stanze, die wir gleich noch brauchen. Der Schmetterlingstuett. Könnt ihr euch alles so aufstempeln und direkt ausstanzen. Wenn ihr aber auch, so wie ich, nur diesen kleinen Schmetterling braucht, könntet ihr euch entweder die Form auseinanderschneiden. Was ich aber persönlich nicht so gerne mache. Deswegen lasse ich das. Oder ich ziehe mir das eben so auf, dass hier wirklich nur der kleine Schmetterling drauf ist. Der große ist nur ganz leicht hier am Rand. Und ich gehe jetzt so in die Stempelfarbe, ins Stempelkissen rein, dass ich eigentlich auch nur diesen kleinen Stempel benetze mit Farbe. Gucken, dass überall die Farbe dran ist, auch am unteren Rand. Aber dass man nicht unbedingt den anderen Bereich von dem anderen Schmetterling mitstempelt. Und dann stemple ich mir das einfach ab. Als kleiner Tipp, wenn ihr euch die Stempel so aufstempelt, so und nebeneinander und nebeneinander, in dieser waagerechten Linie, dann stanzt ihr euch immer bei der Stanze so ein ganz kleines Teil von diesem anderen Schmetterling auf. Das zeige ich euch jetzt gleich. Ich mache jetzt hier nochmal kurz den Körper rein im Memento. Ich muss gleich gucken, ob der richtig rum ist. Passt, oder? Das zeige ich euch jetzt noch kurz. Ich stanze mir den jetzt ganz schnell mal aus hier. Ich hoffe, ihr kriegt gar nicht so viel von den Hintergrundgeräuschen mit. Ich habe das Fenster offen. Okay, also ich wollte zeigen, wenn ich jetzt zwei Schmetterlinge, die müssen jetzt auch nicht schön sein oder so, wenn ich zwei jetzt nebeneinander stempelt, so. Jetzt habe ich es auch noch ein bisschen zu weit oben gestempelt. Aber wenn ich mir das jetzt ausstanze, den ersten und dann den nächsten, da kann es eben sein, so war es bei meinem ersten Versuch, dass ihr euch hier unten, seht ihr, dass dieses kleine, diese kleine Wölbung von dem anderen Schmetterling hier mit ausstanzt. Und dann, wenn der andere Stempel genau gleich neben dem unten ist, also wenn die zwei unten nebeneinander sind, dann stanzt ihr euch immer einen kleinen Teil von dem anderen Schmetterling weg. Deswegen macht es entweder so, dass ihr es so macht, wie ich jetzt auf dieser Seite, dass ihr das so aufstempelt, in dieser Höhe, Hochkant, oder waagerecht, aber dann so versetzt, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Also einmal unten, ein bisschen weiter oben, unten oben, weil sonst habt ihr, wenn ihr das, wie gesagt, tief aufstempelt, da eine Ecke von dem zweiten Schmetterling weg, müsst ihr das alles nochmal machen. Als kleinen Tipp, ich hoffe, das hilft euch, das war eben bei mir so der Fall und deswegen fand ich, muss ich euch das auf jeden Fall sagen, dass ihr dann nicht auch den gleichen Fehler macht und dann eben alles nochmal von vorne stempeln müsst. So habe ich es gemacht. Okay. Wenn ihr das dann bastelt, dann macht ihr das natürlich mit jeder Farbe. Das heißt, jede Farbe aufstempeln, den Schmetterling zwischendurch immer wieder reinigen. Wenn ihr eine dunklere Farbe gebt, dann geht es aber in eine helle Farbe immer den Stempel reinigen, auf jeden Fall. Und dann die Körper draufstempeln und dann alle ausstanzen. Und dann mache ich es so, dass ich mir einfach Mini-Klebepunkte nehme. Die Glowdots, die kennt ihr auf der Rolle. Ich habe hier jetzt noch so andere, so aus so einem Kartenset. Die muss ich unbedingt aufbrauchen, weil die, da mag ich die Mini-Punkte viel lieber, weil die sind, die haben immer so ein Ding da drauf. Das muss man immer so abfummeln da, das ist total nervig. Aber die müssen weg, deswegen versuche ich die jetzt aufzubrauchen. Das heißt, ich versuche immer diese Folie wegzumachen, ohne den Klebepunkt abzuziehen, was irgendwie fast nicht funktioniert. Deswegen, wie gesagt, bin ich froh, wenn das weg ist. Wenn ihr die Mini-Klebepunkte nehmt, die sind ein bisschen größer, die rollt ihr euch einfach ein bisschen zusammen und dann funktioniert das genauso. Und wie gesagt, wenn ihr noch so ein Set irgendwo rumliegen habt, wo ihr sowas habt, dann verbraucht die einfach, dann sind sie weg. Die sind ja prinzipiell toll, weil sie so schön klein sind, aber mit dieser Folie auf und drauf, das ist echt am Tübeln. Seht ihr das? Folie ist jetzt ab. Und jetzt kann ich einfach die Schmetterlinge so ein bisschen nach oben klicken und dann klebe ich mir da jedes auf so einen kleinen Klebepunkt auf. So, und dann kann ich mir alle Schmetterlinge so farblich, könnt ihr euch die entweder anordnen wie so ein kleiner Regenbogen oder ganz durcheinander. Ich habe es eigentlich so gemacht, dass ich die dunkelste Farbe tatsächlich unten hingemacht habe, so in etwa. Ihr könnt euch das auch einfach mal erstmal auflegen. Mal gucken. Ich klebe die jetzt mal so nur, ich klebe sie jetzt noch nicht richtig an, sondern ich lege sie jetzt erstmal so auf. Und wenn es mir dann gefällt, dann klebe ich es wirklich an. So. Genau, so verteile ich mir die jetzt einfach hier. Und ich finde, das ist schon mal eine richtig schöne, frühlingshafte, farbige Karte, die, also ich finde, das ist schön so. Mir gefällt das total gut. Eigentlich total einfach, aber irgendwie auch was Besonderes mit dem Spruch vor allem so. Und dann nehme ich natürlich noch ein bisschen Glitzy, die kleinen Straßsteine und baue mir hier noch drei Steine außen rum. Zwei hier auf die Innenseite und eine noch so ein bisschen nach außen. So. Ja, schon war es das. Also wie gesagt, ich habe dann innen noch ein paar Schmetterlinge reingestempelt in den Farben, die ich eben auch außen verwende. Und habe hier jetzt gleich eine schöne frühlingshafte Karte, die ich total schön finde, muss ich echt sagen. Mir gefällt das mit dem Spruch. Ich finde das toll. Da kann man richtig spielen. Und hier ist noch eben die zweite Variante mit den Blumen, die ihr natürlich auch genauso machen könnt. So, ihr Lieben. Übrigens, ich habe auch innenblumen gestempelt, ist ja klar. So, ihr Lieben. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich lege mal alle Karten hier hin. Ich hoffe, ich kriege sie ins Bild. Wird eng. Dann machen wir es so. Dreier Kombination. Könnt ihr das gut sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Da freue ich mich. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal. Drückt dabei diese Glocke und werdet immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß beim Nachbasteln. Bleibt ganz gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.